Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur vierten Einheit unserer Social Media A-Vorlesung in diesem Wintersemester. Heute am Programm Social Media Plattformen und Nutzungstrends. Das Jahr neigt sich ja bereits dem Ende zu und gegen Jahresende häufen sich naturgemäß immer die Prognose und Trendartikel. Ich habe mir angeschaut, was zu Social Media Trends im Jahr 2024 so grassiert. Da sind schon einige Artikel online und wir werden uns eine recht detaillierte Auswertung bzw. die Ergebnisse einer sehr spannenden, ganz aktuellen Befragung von Hootsuite ansehen. Die haben drei große Megatrends für das Jahr 2024 sozusagen identifiziert und ich glaube, da sind mittlerweile, oder wir haben es in der Vorlesung, haben wir eh schon öfter darüber gesprochen, wir befinden uns mittlerweile wieder in einer Phase, wo Social Media auf der einen Seite etabliert ist im Mainstream. Der Grund, wenn Sie an die letzte Woche denken, an die Einheit über die DSGVO bzw. die aktuellen DSA, Digital Services Act Veröffentlichungen, der Grund, warum die Europäische Union verstärkt Regulationsmaßnahmen setzt bzw. diese großen Plattformen auch verstärkt verpflichten möchte, ihren Moderationspflichten nachzukommen, hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass Social Media schon längst im Mainstream angekommen ist. Und da gibt es natürlich Unterschiede, altersbedingt, generationsbedingt, aber kurz gesagt, je jünger die Nutzerinnen, desto mehr, desto stärker beziehen sie einen großen Teil ihrer Informationen, das betrifft jetzt Entertainment, aber genauso auch politische Bildung, Nachrichten und so weiter über Social Media Kanäle. Im klassischen etablierten Mediensystem haben wir viele Kontrollmechanismen. Sie wissen, Journalistinnen, Journalisten, Content Creator im klassischen Mediensystem sind mit gewissen Pflichten, aber auch einer Reihe von Sonderrechten ausgestattet, weil eben Journalismus, Medien als häufig bezeichnet, als vierte Kraft in der Demokratie eine wichtige Rolle spielen. Nur eine ausgewogen informierte Bevölkerung, so der Grundgedanke, kann bei politischen Wahlen informiert abstimmen. Deswegen kommt Medien eine spezielle gesellschaftliche Funktion zu, die eben auch geschützt werden muss auf unterschiedlichen Ebenen. Da geht es zum einen um diese speziellen Rechte und Pflichten, aber zum anderen nehmen viele Länder, auch Österreich, beträchtliche Geldbeträge für die Förderung des Mediensystems in die Hand, beziehungsweise leisten sich auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das wiederum hat sehr stark mit Economies of Scale zu tun, gerade in kleineren Ländern wie Österreich ist natürlich auch die Situation häufig so, dass das Nischenangebote oder selbst größere Sender nicht tragfähig sind aufgrund der zu geringen Einnahmen. Es gibt in vielen Ländern in Europa ein duales System aus öffentlich-rechtlichen Radiosendern und privaten Rundfunksendern. Presseförderungen, Rundfunkförderungen, das sind Maßnahmen, die eben eine ausgewogene Berichterstattung gewährleisten sollen. Wenn jetzt ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung diese Kanäle schlichtweg nicht mehr konsumiert und eben stattdessen Informationen über Social-Media-Plattformen bezieht, dann ist natürlich die Frage naheliegend, inwieweit können diese Plattformen ebenfalls eine ausgewogene Berichterstattung oder zumindest ein Eindämmen von Fake News, beziehungsweise auch die Einhaltung anderweitiger Pflichten, Verbot von verhetzenden und rechtswidrigen Inhalten und so weiter, inwieweit können die das sicherstellen? Wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, die großen Plattformen, es sind konkret insgesamt 19 Anbieter innerhalb der Europäischen Union, die als große Plattform, sehr große Plattformen gelten, das Kriterium, das man hier eingeführt hat, sind die mindestens 45 Millionen User innerhalb von Europa, die eben erreicht werden müssen. Die unternehmen da beträchtliche Anstrengungen. Moderation passiert heutzutage in der Regel in einer Kombination aus automatisierten Systemen und menschlichen Editoren. Eine Sonderrolle und das hat natürlich auch mit der wirtschaftlichen Geschichte, beziehungsweise mit den zahlreichen Entlassungen der jüngeren Vergangenheit zu tun, spielt hier natürlich Twitter, denen es immer schlechter gelingt, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Das werden wir auch in den aktuellen Statistiken später sehen. Ein Trend ist also sozusagen stärkere Kontrolle, beziehungsweise die bessere Durchsetzungsmöglichkeiten für die Einhaltung der Rahmenbedingungen, die eben in dem Fall die Europäische Union vorgibt. Generell ist es bei Trends ja so, dass man häufig skeptisch sein muss, wenn man einige Jahre zurück sieht. Ich erinnere mich an die Trendprognosen 2015, 2016 und die Folgejahre. Da war eigentlich immer die Rede von zwei Technologien, die sehr relevant werden sollten, oder eigentlich zweieinhalb, je nachdem. Zum einen Sprachinterfaces. Das war auch die Zeit, als die ersten Geräte auf breiter Basis verfügbar wurden, die Amazon-Geräte und auch die Sprachassistenten und so weiter. Und da war vielfach die Rede davon, dass wir innerhalb kurzer Zeit eigentlich kaum mehr auf klassischem Weg, also über den Touchscreen, beziehungsweise mit Maus und Keyboard, mit unseren Geräten interagieren würden, sondern mit Sprachinterfaces. Wie Sie alle wissen, hat sich das wohl nicht bewahrheitet. EA- bzw. VA-Technologien, auf die Mark Zuckerberg bzw. Meta sehr stark setzen, auch in Kombination mit der Oculus-Hardware, auch die scharen aus Trendsicht sozusagen seit Jahren in den Startlöchern. Oft ist es aber so, und da gibt es reichlich Beispiele aus der Geschichte der technischen Medien, dass die technische Verfügbarkeit eines Service noch lange keine, wie soll man sagen, Garantie ist oder noch lange kein Grund, dass es auch genutzt wird. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gelesen, Videotelefonie wäre technisch ohne weiteres möglich gewesen in den frühen 70er Jahren, natürlich nicht auf digitalem Weg, sondern mit analoger Bildübertragung. Da gab es von einigen Herstellern auch Prototypen. Das Interesse daran fehlte schlichtweg. Es war und ist zum Teil sicherlich eher ein Vorteil der telefonischen Kommunikation, dass es sich auf die Stimme beschränkt und man eben nicht gesehen wird. VA bietet viele Möglichkeiten, wird im technischen Bereich, in der Produktion, Entwicklung, Forschung auch stark eingesetzt, aber davon, dass wir jetzt unsere Freizeit in Zukunft statt im Gastgarten oder vorm Fernseher beim Sportmatch mit Brille in virtuellen Räumen verbringen, davon ist noch recht wenig zu sehen. Wir haben aber mittlerweile, wie gesagt, Internet, etablierte Basistechnologie, Social Media im Mainstream angekommen. Wir haben aber gerade im Lauf diesen Jahres eine Technologie erlebt, die sicherlich in den nächsten Jahren sehr viel verändern wird, beziehungsweise nicht nur erlebt, sondern viele von uns haben sie genutzt. Auch die von Ihnen, die bereits die erste Übungsaufgabe abgegeben haben, AI, beziehungsweise künstliche Intelligenz. Und da haben wir natürlich einen ganz, ganz starken Überschneidungsbereich. Social Media Plattformen leben von der Kreation von Inhalten. Ein zeitaufwendiger und je nach sozusagen angestrebten Qualitätslevel durchaus auch kosten- und ressourcenintensiver Prozess. Gerade in diesem Bereich können AI-Technologien nicht nur unterstützen, sondern auch zu einer bisher relativ beispiellosen Skalierung führen. Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten viele Services angesehen. Viele AI-Services basieren auf, wie soll man das nennen, Transformationstechnologien. Das heißt, Sie nehmen ein Medium her, es gibt zum Beispiel ein Service, dem geben Sie den Link zu einem YouTube-Video. Das Video sollte mindestens 25 Minuten lang sein. Das Tool analysiert das Video, analysiert die Inhalte und stellt Ihnen auf Knopfdruck, 10 bis 20 kann man einstellen, so 30 bis 45 Sekunden TikTok-optimierte Clips zusammen. Das heißt, das sind Teile aus dem Video, die werden rausgeschnitten, neu zusammengebaut, entsprechend ins Hochformat gebracht, mit TikTok-adäquaten Untertiteln versehen und was das Programm eben kann oder sich auf die Fahne schreibt, dass die AI-Analyse recht gut in der Lage ist, wenn Sie beispielsweise beim Originalvideo an ein längeres Interview denken, die knackigsten Passagen bzw. die Zitate rauszunehmen, bei denen auch am meisten Interaktion zu erwarten ist. Dasselbe Tool, da gibt es auch einige andere dafür, baut Ihnen auch gleich eine Reihe von Videotiteln. Die aktiven Channel-Betreiberinnen auf YouTube unter Ihnen wissen, dass für die Auffindbarkeit von YouTube-Videos der Titel eine sehr große Rolle spielt. Natürlich auch das Nutzungsverhalten, aber damit ein Video erstmal in der Suche auftaucht, der Titel. Auch da gibt es mittlerweile eine ganze Latte von einschlägigen Tools. Eines hat mich persönlich besonders beeindruckt, wenn Sie ambitionierter Video-Creator sind, dann geben Sie diesem Tool die Adressen von 10 Channels in Ihrem Themenbereich. Sagen wir mal Handarbeiten, idealerweise 10 große populäre Channels. Und dieses Tool analysiert dann sämtliche Videotitel und gibt Ihnen Vorschläge für Videotitel, die besonders gut funktionieren auf YouTube. Das sind also lauter Tätigkeiten. Wäre früher natürlich nicht unmöglich gewesen. Wir hätten uns auch hinsetzen können und diese Channels händisch analysieren und uns überlegen, welche Titel funktionieren. Aber der Zeitaufwand dafür ist beträchtlich. Sehr viele dieser Tätigkeiten, ganz zu schweigen von der Massenerstellung von Bildern und so weiter, lassen sich mittlerweile weitgehend automatisieren. Und führen natürlich auch dazu, dass es sehr viel einfacher ist, große Mengen von Inhalten herzustellen. Schreiben ist im Social Media Bereich nach wie vor eine sehr wichtige Kulturtechnik. Natürlich auf Plattformen wie TikTok oder YouTube ist der Text allenfalls Begleitwerk zu den Videos, die da im Zentrum stehen. Auf anderen Social Media Plattformen geht es sehr viel textlastiger zu, Stichwort Twitter oder LinkedIn. Und Copywriting oder professionelles Schreiben, redaktionelles Schreiben spielt da eine große Rolle. Die von Ihnen, die journalistisch tätig waren oder sind, oder vielleicht kennen Sie das auch aus Lehrveranstaltungen, da gibt es eine ganze Reihe von gängigen Best Practices. Gebrauchstexte, Social Media Texte, Status Updates sind keine Literatur, die sich durch besonders verschnörkelte Sätze oder komplexe Sprache auszeichnen sollte. Man nutzt klare, meistens relativ einfach verständliche Sprache, verzichtet auf Passivformen und so weiter, gibt dem Text eine entsprechende Struktur. Das sind lauter Fähigkeiten, die man im Normalfall im Lauf der Zeit erlernt. Schreiben ist zu einem hohen Grad Übungssache. Mittlerweile können Sie Ihre Gedanken in, ich sage mal, recht grober Form zusammenfassen. Und Tools, ChatGPT, aber auch da gibt es eine ganze Reihe von einschlägigen Schreibtools, die Ihren Text korrigieren lassen. Wir kennen jetzt ja nun schon seit vielen, vielen Jahren die ausgesprochen hilfreiche Korrekturfunktion von Word und ähnlichen Programmen. Sehr nützlich, vielleicht geht es Ihnen auch häufig so. Bei eigenen Texten ist man leicht betriebsblind und übersieht die Fehler. Was diese AI-Tools tun, geht natürlich noch sehr viel weiter und bedeutet letztendlich, dass Sie nicht mehr gut schreiben können müssen, um auf Social Media erfolgreich zu sein. Wenn Sie bedenken, wie viele Personen, hervorragende Expertinnen in Ihrem Bereich sind, aber nicht unbedingt Publisher, vielleicht auch wenig Erfahrung mit Schreiben haben, da können diese Tools natürlich sehr hilfreich sein. Das heißt, der Zugang wird nochmal leichter, aber die Konkurrenz wird auch größer. Keine Überraschung, dass dieser Trend natürlich eine beträchtliche Rolle spielen wird. Aber bevor wir im Detail darauf eingehen, noch zwei organisatorische Ankündigungen. Ich musste ja die Gastvorträge ein wenig umdisponieren. Jetzt haben wir die finalen Daten. Ich habe im Moodle auch alles entsprechend aktualisiert. Der erste Gastvortrag, und da sehen wir uns im Hörsaal im UZA, findet statt am 7. Dezember. Und zwar besucht uns Andi Schwandler. Wir haben uns vor, ich glaube, zwei Jahren oder so auf LinkedIn kennengelernt. Wie könnte es anders sein? Sehr interessante Biografie. Darüber wird er Ihnen selber auch mehr erzählen. Andreas war 16 Jahre lang bei der Kronenzeitung in der Oberösterreich-Redaktion, hat dort über 25.000 Artikel verfasst, kennt das Journalismus und Pressegeschäft sehr, sehr gut, hat sich dann vor einigen Jahren selbstständig gemacht und berät Unternehmen in der Social-Media-Kommunikation, wobei er eben mit seinem journalistischen Background kein klassischer Social-Media-Berater und schon gar kein Deal-Berater ist, sondern bei ihm steht das Thema Storytelling, wie inszeniert man Geschichten rund um Unternehmen auf Social-Media-Plattformen im Vordergrund. Er wird Ihnen aus seiner Erfahrung erzählen und wie gesagt, ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn Personen quasi beide Welten kennen, die journalistische und die Social-Media-Welt. Und unser zweiter Gastvortrag und ich freue mich, es ist jetzt schon einige Semester lang dabei, ich freue mich wirklich sehr, das ist eine großartige Gelegenheit, findet am 11. Jänner statt, ebenfalls im Hörsaal und da besucht uns ein LinkedIn-Mitarbeiter oder man könnte eigentlich sagen, Doman Geiswinkler ist quasi LinkedIn Österreich. LinkedIn hat ja hier in Österreich kein eigenes Büro, sondern das Hauptquartier für den Dachraum ist in München. Doman betreut Unternehmenskunden, er ist selber auch sehr aktiv auf der Plattform veröffentlicht, ausgesprochen unterhaltsame Beiträge und er wird über Business Storytelling sprechen. Ein Grund, warum ich seine Vorträge sehr schätze, sie sind ausgesprochen unterhaltsam und gut durchdacht, aber die zweite Sache, ich habe es ja schon mal angedeutet, der Grund, warum ich LinkedIn relativ stark in die Vorlesung integriere, ist aus meiner Sicht ganz einfach, ich glaube, das nützt Ihnen am meisten auf Ihrem weiteren Karriereweg und Doman wird auch über das Thema Business Storytelling sprechen, aber im Kontext eben von LinkedIn, wie kann ich mich selber als Expertin, als Experte darstellen, wie können Studierende die Plattform nutzen. Ich freue mich sehr auf die zwei Gastverträge, kann Ihnen nur dringend empfehlen, sich die im Hörsaal anzuhören. Bin mir nicht sicher, ob wir da eine Aufnahme hinbekommen werden. Ja, 7. Dezember, 11. Jänner, da sehen wir uns dann live in der Universität. Und damit zum Thema Trends, by the way, Artificial Intelligence. Ich habe selbstverständlich heute in der Früh JGPD um Hilfe gebeten. Guten Morgen, ich muss heute eine Vorlesung in Kommunikationswissenschaft halten. Kannst du mir bitte alle aktuellen Nutzungsdaten und Infos zu den großen Social Media Netzwerken zusammenstellen? Das hätte bis vor kurzer Zeit nicht besonders gut funktioniert, weil ja JGPD offline war und sozusagen nur auf die Daten zugreifen konnte bis, glaube ich, Februar 2022. Das ist schwierig mit aktuellen Daten. Allerdings mit dem letzten Update hat OpenAI, das Unternehmen hinter JGPD, Bing-Suche integriert. Also sprich, JGPD kann jetzt aufs Internet zugreifen. Einige Seiten haben den Zugriff gesperrt, unter anderem die New York Times, die meisten aber nicht. Und das macht es natürlich auch möglich, aktuelle Informationen zu recherchieren. Ich könnte sagen, die Nützlichkeit des Tools hat damit nochmal drastisch zugenommen. Diese Browse-Funktion, böse gesagt, jetzt ist Bing endlich wieder mal sowas gut, ist allerdings nur in der Premium-Version verfügbar. Das heißt, Sie sehen schon, da kommen dann relativ aktuelle Zahlen raus. Im Fokus unseres Interesses stehen dabei natürlich immer die MAUs, die Monthly Active Users, also jene Personen, die sich mindestens einmal im Monat einloggen. Die pure Membership-Zahl, also die Zahl an existierenden Accounts, ist in der Regel ein ganzes Stück größer. Aber die MAUs sind sozusagen eben die Personen, die man tatsächlich erreichen kann. Facebook, und zwar wirklich die Plattform Facebook und nicht das Meta-Gesamt-Universum mit Instagram und WhatsApp an Bord, sondern Facebook allein ist nach wie vor, man könnte fast überrascht darüber sein, nach wie vor die größte Plattform mit fast drei Milliarden Nutzerinnen weltweit. Wenn man jetzt die restlichen Applikationen Instagram und WhatsApp und so weiter dazunimmt, dann stehen wir hier sogar bei 3,74 Milliarden MAUs. Danach folgt dann YouTube, ist jetzt nicht die klassische Social-Media-Plattform, erfüllt so eine Doppelfunktion, könnte man sagen, als Video-Hosting, aber natürlich auch starke Social-Media-Komponenten. 2,5 Milliarden MAUs, also doch um einiges weniger als Facebook. Der Trend hat sich nicht umgedreht. Instagram ebenfalls 2 Milliarden, TikTok wächst nach wie vor sehr stark und LinkedIn, da sind die Zahlen nicht ganz aktuell. Hier hat mir ChatGPT so viel zum Thema kritische Analyse von Zahlen. Hier sagt ChatGPT mehr als 900 Millionen Nutzer weltweit. LinkedIn gibt die MAUs auch nicht an, hat aber vor, ich glaube, 12 Tagen eben bekannt gegeben, dass das Milliardste Mitglied jetzt sich registriert hat auf der Plattform. Ich habe dann auch noch ein paar Nutzungsdaten zu Deutschland bekommen. Nachdem ich auf Deutsch gefragt habe, geht ChatGPT vermutlich davon aus, dass ich in Deutschland sitze. Und der Grund, warum ich Ihnen das auch zeige in der Vorlesung, könnte man ja auch auf anderem Weg recherchieren. Das ist natürlich ein sehr, sehr schneller und einfacher Weg, sich einen Überblick zu verschaffen. Quellenkritik ist sehr, sehr wichtig. Im Zweifelsfall gegenchecken, aber es ist sehr gut, um eine Übersicht zu bekommen. Ich habe dann noch nach detaillierten Trend- und Nutzungsdaten für die einzelnen Netzwerke gefragt. Und da hat ChatGPT dann einige Male nicht gegoogelt in dem Fall, sondern gebingt. Und es gibt neben den MAUs noch eine zweite Kennzahl, die nicht ganz so gängig ist. Die DAUs, können Sie schon denken, was das bedeutet, die Daily Active Users. Da lag Facebook im April 2023 bei über 2 Milliarden. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Nutzungsintensität. In Deutschland immerhin 23, also ein gutes Viertel der Bevölkerung. Ja, noch ein paar weitere Zahlen bekommen. Also Überblick über ein bestimmtes Thema geht damit sehr, sehr schnell. Allerdings, wie Sie schon sehen, das wäre kaum programmfüllend für eine gesamte Vorlesung. Ähnlich sehe ich den Einsatz dieser Tools auch bei der Erstellung von Inhalten, Übungsarbeiten und so weiter. Praktisch zur Recherche, praktisch um Daten zusammenzutragen, beziehungsweise eine Rohfassung zu erstellen, aber relativ weit davon entfernt ein 1 zu 1 nutzbares Ergebnis zu liefern. Social Media im Gesamtkontext der Kommunikation, wenn wir jetzt mal weniger auf den privaten Bereich schauen, sondern unser Auge auf professionelle Kommunikation, auf Marketing richten, dann ist das mittlerweile ein wichtiger und etablierter Kanal, aber selbstverständlich nicht der einzige digitale, beziehungsweise Online-Kanal. Und es gibt da dieses Public Engagement Cloverleaf-Modell von Edelmann, also Cloverleaf für das vierblättrige Kleeblatt. Edelmann hat das veröffentlicht, das ist schon ziemlich alt, ich glaube 14 Jahre oder so hat die Grafik auf dem Buckel. Ich zeige sie aber immer gern her, das ist nämlich eine gute Zusammenfassung des Gesamtbilds digitaler Kommunikation. Edelmann ist ja eher im PR-Bereich tätig, deswegen steht hier eben sozusagen das Thema Public Engagement im Zentrum. Worum es bei dieser Grafik geht und die einzelnen Logos sind hier nur Beispiele für diese Medienformen. Die digitale Präsenz eines Unternehmens setzt sich im Wesentlichen aus vier Bereichen zusammen. Deswegen hier dieses Kleeblatt. Da gibt es zum einen die Mainstream-Medien. Sämtliche Mainstream-Tageszeitungen, Radio, Fernsehsender betreiben auch Webseiten, meistens recht umfangreiche Webseiten. Einige davon hinter Baywalls, sehr viel, aber frei zugänglich. Jetzt ist sozusagen ein Teil des digitalen Bildes das, was diese Mainstream-Medien auf ihren Plattformen berichten. Viele dieser Medien, siehe zum Beispiel Standard in Österreich, haben auch Diskussionsformen. Diskussionsformen zu haben allein reicht natürlich nicht aus, aber sehr aktive Diskussionsformen mit einer Community, die da regelmäßig kommentiert. Das ist dann schon sozusagen eine Mischform, wo es schon in den Bereich Social Media geht. Daneben hat Edelmann hier noch den Bereich New Media identifiziert. Und was damit gemeint ist, sind so typische neue Mediengattungen. Denken Sie daran, die Grafik ist 14 oder 15 Jahre alt. Damals spielten Blogs eine sehr große Rolle. Die waren eine Zeit lang ein sehr populäres Medium, das für einen beträchtlichen Teil, gerade im Bereich News Traffic, zuständig war. Einige dieser früheren Blogs haben sich auch mittlerweile etabliert. Das ist jetzt vielleicht Definitionssache, ob man TechCrunch oder Politico oder The Huffington Post zu den Mainstream-Medien zählt. Und Edelmann hat sich hier für eine eigene Kategorie entschieden. Da gibt es natürlich auch im Normalfall Berichte über Themen, die für das eigene Unternehmen relevant sind oder über eigene Produkte. Und dann haben wir hier als drittes Segment den Bereich Und. Also eigene Kanäle und was damit gemeint ist, sind sämtliche digitalen Kommunikationskanäle, die das Unternehmen selbst betreibt. Klassischerweise Webseite oder denken Sie an eine Newsletter, beispielsweise bei einem Online-Shop. Und genauso Social-Media-Profile, die vom Unternehmen betrieben werden. Das heißt beispielsweise die offizielle Facebook-Page eines Unternehmens oder der offizielle Twitter-TikTok-Account, was auch immer. Und der vierte Bereich, hier als Social bezeichnet, sind Social-Media-Plattformen insgesamt. Denn die Kommunikation, die Präsenz eines Unternehmens erstreckt sich im Normalfall ja nicht auf die eigenen Kanäle, sondern da gibt es auch eine ganze Menge Leute, eine Community sozusagen, die da mitreden. Wenn das Ganze ausartet in eine kommunikative Krise, hat sich im deutschsprachigen Bereich der schöne Begriff Shitstorm etabliert, sozusagen im radikal-negativen Bereich. Im positiven Bereich wären das lobende Erwähnungen des Unternehmens, positive Erfahrungsberichte, aber auch Reviews, die auf vielen Bereichen eine Rolle spielen. Und wie Sie hier sehen und deshalb die Idee dieses Kleeblatt-Modells, sind diese Bereiche natürlich nicht unabhängig und vollständig getrennt. Und wenn Sie als Unternehmen eine Facebook-Page betreiben, können die Nutzer dort kommentieren, dann haben Sie sozusagen schon eine Mischform aus selbstbetriebenem Inhalt und Social-Media-Inhalten. Aber diese vier Bereiche samt Ihren Überschneidungen, die ergeben sozusagen die digitale Gesamtpräsenz eines Unternehmens. Und das bedeutet letztendlich natürlich auch, wenn Sie im Kommunikationsbereich, im Marketing tätig sind, dann gibt es da eine ganze Reihe von Kanälen, die es zu managen gilt. Jetzt klassischerweise die Kommunikation mit Mainstream-Medien oder die Platzierung von Themen wäre ein typisches BR-Thema. Die Owned-Channels sind im Normalfall etwas, das eher in den Händen der Marketing-Abteilung liegt. Social-Media-Betreuung ist relativ individuell. Bei vielen Unternehmen ist da auch Kundenservice, also Customer-Service involviert. Und wie gesagt, New Media funktioniert eigentlich mittlerweile strukturell sehr, sehr analog zu den typischen klassischen Medien. Ich habe für Sie noch eine zweite, sozusagen Oldschool-Grafik. Man erkennt gleich an den Logos, die Vorlesung heute spannt einen weiten Bogen, von uralten Grafiken bis zu top aktuellen Trend-Reports. Da ist Yahoo noch mit drauf. Was diese Grafik zeigt, ist sozusagen, und die steht für mich auch ein bisschen für den Shift oder die Veränderung im Marketing- oder im Social-Media-Bereich, die wir in den letzten Jahren so miterlebt haben. Was Sie hier unten sehen, ich mache es ein bisschen größer, ist die Webseite. Die stand natürlich lange Zeit im Zentrum der Überlegungen. Sie betreiben eine Webseite als Unternehmen, als Selbstständiger und die ist sozusagen ihr zentraler Hub. Jetzt ist eine Möglichkeit, Social Media zu nutzen und das war tatsächlich das, was Unternehmen, ich würde mal sagen, in den ersten fünf bis zehn Jahren hauptsächlich getan haben. Und da schließe ich mich auch in keinster Weise aus. Social Media Services nutzen, um Traffic zu ihrer Homepage zu generieren, um Besucher dazu zu bringen, ihre Homepage zu besuchen. Wir werden uns in kommenden Vorlesungseinheiten noch mit den zwei Themen organische Verbreitung, Querstrich-Algorithmen bzw. Paid-Advertising befassen. Da spielt da natürlich beides rein. Jetzt technisch gesehen Beiträge, die Links enthalten. Wenn Sie jemanden auf Ihre Homepage bringen wollen, dann ist es im Normalfall eine gute Idee, einen Link in Ihren Beitrag zu integrieren. Twitter, Facebook haben das von Beginn an erlaubt und ein großer Teil der frühen Social Media Kommunikation sah tatsächlich so aus, dass man die Inhalte hauptsächlich auf der eigenen Homepage gehostet hat, also beispielsweise das Unternehmen dort einen umfangreichen Trendreport oder Artikel veröffentlicht und diesen Beitrag dann mit kurzen Snippets in den unterschiedlichen Social Media Channels bewirbt. Das war auch, ich habe selber von 2004, glaube ich, bis 2015 einen Blog betrieben und in den letzten Jahren, als da Social Media Plattformen aufgekommen sind, war das natürlich einer der einfachsten Wege, einer der einfachsten Möglichkeiten, um Traffic zu generieren. Auf dieser Grafik sehen Sie sozusagen die unterschiedlichen Channels, ein umfangreicher Logo-Friedhof, über welche Seiten man den Besucher für die eigene Homepage generieren kann. Jetzt ist es nicht so, dass diese Traffic oder Social Media als Traffic Channel, als Traffic Quelle zu nutzen, dass das keine Rolle mehr spielt. Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, dann wird es im Normalfall recht schwierig sein, direkt über Social Media Plattformen irgendwas zu verkaufen, sondern Sie werden dort Werbung schalten, organische Beiträge schalten, aber dann letztendlich an irgendeinem Punkt versuchen, die Nutzerinnen dazu zu bewegen, ihren Shop zu besuchen, idealerweise sich dort zu registrieren und etwas zu bestellen. Wenn Sie verschiedene komplexe Abläufe abbilden möchten, beispielsweise bieten viele Unternehmen in irgendeiner Art und Weise für ihren Webseiten Rechner an, zum Beispiel einen Versicherungsrechner, einen Strompreisrechner, was weiß ich, Sie kennen diese Services vermutlich alle selber. Dann, wenn Sie diese, sorry, jetzt habe ich Ihnen, ich gehe gleich auf die Frage aus dem Chat ein. Wenn jemand diesen Rechner benutzen soll, das ist eine Funktion, die können Sie auf Social Media gar nicht abbilden, dann muss der auch wiederum auf die Homepage kommen und das dort tun. Ähnliches gilt für Newsletter, Abo, Webinaranmeldung und so weiter. Das heißt, diese Bereiche spielen heute natürlich auch noch eine Rolle, aber einer der großen Trends, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren gesehen haben, dass immer mehr Inhalte auf Social Media Plattformen als eigenständige Inhalte fungieren, also sozusagen keine kleinen Links-Nippets sind, die auf den Original-Inhalt zurückverweisen, sondern eigenständige Beiträge. Ich würde mal sagen, diese Entwicklung hat spätestens mit Instagram begonnen. Ich denke, da haben sich Adam Mossery und die anderen Instagram-Gründer schon sehr gut überlegt, warum sie es von Beginn an nicht erlaubt haben, Links in Beiträge zu integrieren. Wie gesagt, auf anderen Plattformen funktioniert das nach wie vor relativ problemlos. Auf Instagram ist das nicht möglich. Sie haben auf Instagram eben grundsätzlich nur ihren einen Profillink. Und jetzt verwenden natürlich viele hier in diesem, der einzige klickbare Link, jetzt verwenden natürlich viele hier ein Service wie Linktree, das auf weitere Links verweist. Ich mache das auch. Bei mir ist es halt in dem Fall natürlich ein LinkedIn Smart Link, aber wenn Sie sich einzelne Instagram-Beiträge ansehen, die können im Text keinerlei Inhalt enthalten. Übrigens, ich finde das großartig, Julia Butex. Vielleicht kennen Sie sie, die hat viel mit Rezo und einigen anderen deutschen Influencern zusammengearbeitet, hat auch einen erfolgreichen YouTube-Channel und ist jetzt gerade dabei, sehr erfolgreich als Schauspielerin durchzustarten. Also quasi von der YouTube-Influencerin zum Mainstream-Star. Sehr talentierte junge Dame. In den Beiträgen haben sie Text und Hashtags, die sind klickbar. Und natürlich hindert sie jetzt niemand daran, hier einen Link einzufügen. Aber Sie wissen, Instagram wird sehr stark auf mobilen Plattformen genutzt. Das wird dann umständlich. Man muss das rauskopieren. Ist im Wesentlichen nicht üblich. Das heißt, mit dieser doch recht grundlegenden Einschränkung hat Instagram eigentlich begonnen, die Nutzerinnen wesentlich stärker auf der Plattform zu halten. Das ist, wie gesagt, alles andere als ein Zufall. Natürlich sind dann später auch weitere Features dazugekommen. In weiterer Folge hat Instagram, das war am Anfang natürlich alles nicht verfügbar, hat Instagram dann die Shopping-Funktionalitäten gestaltet. Und auch das zeigt genau in diesem Trend, da wird immer mehr Interaktion auf der Plattform abgewickelt. Das ist grundsätzlich auf anderen Plattformen sehr, sehr ähnlich. Auf LinkedIn beispielsweise, schauen wir mal, ob wir ein Live-Beispiel finden, haben Sie Werbungen, der Anteil von Werbung wird immer größer, steigt mit der Popularität der Plattform und die meisten Werbeanzeigen verweisen dann auf eine Drittseite. Das ist jetzt genau das, was ich Ihnen sage. Sie sehen die Werbung, Sie klicken und kommen dann auf diese Seite und in dem Fall hier irgendein Test, da wird man sich dann wohl im nächsten Schritt, genau, wird man sich mit der E-Mail-Adresse registrieren müssen. Das verweist auf die externe Seite. Jetzt hat LinkedIn aber vor einigen Jahren ein Werbeformat eingeführt. Man sieht es immer erst, wenn man draufklickt, nämlich deswegen, wo sozusagen der Werbetreibende die Nutzer überhaupt nicht, na, Vorführeffekt, auf die externe Seite weiterleitet, sondern, ich versuche es mal mit einem Reload, wo die komplette Interaktion auf der Social-Media-Plattform passiert. Das heißt, wenn ich kein Beispiel finde, müssen Sie es mir glauben, wenn Sie dann hier auf den Button klicken, dann öffnet sich nicht die externe Seite, sondern es klappt hier unten ein Formular aus. Das ist natürlich, weil LinkedIn Ihre E-Mail-Adresse und den Namen usw. schon kennt, bereits vorausgefüllt. und Sie sagen dann nur mal, ja, okay, ich möchte meine Daten da übermitteln. Der Werbetreibende bekommt ihre Kontaktdaten und schickt Ihnen dann die entsprechenden Informationen zu. Ist jetzt keine große Revolution. Der Grund, warum ich es in diesem Kontext erwähne, ist, weil es eben auch eine Interaktion ist, wo man die Person dann nicht mehr auf die eigene Homepage weiterschicken muss. Fragen Sie sich vielleicht im Marketing, warum möchte man das vermeiden? Traffic auf der eigenen Seite ist doch grundsätzlich sehr erstrebenswert. Wir haben es immer mit zwei Parametern zu tun. Die Conversion ist natürlich wichtiger. Was man sehr, sehr deutlich sieht, auch bei zahlreichen Kampagnen, die ich selber manage, die Conversion-Rate, das heißt die Personen, die sich dann tatsächlich registrieren, diesen Download anfordern, was auch immer tun, die ist beträchtlich höher, im Fall von LinkedIn doppelt so hoch, wenn die komplette Interaktion auf der Plattform passiert. Das sind sozusagen kleine Indikationen für einen großen Trend, den wir seit vielen Jahren sehen, eigenständige Inhalte. Instagram hat, wie gesagt, mit dem, muss man das vielleicht Link-Verbot nennen, begonnen, aber natürlich Second-Generation-Plattformen, wenn Sie an das mittlerweile etwas stagnierende Snapchat oder natürlich genauso auch TikTok denken, das sind Plattformen, die sehr stark auf Bewegtbild-Inhalte setzen. Auch auf Instagram ist ja mittlerweile beträchtlich mehr Aktivität in den Reels als in den klassischen Instagram-Postings. Das sind lauter Inhalte, die nicht primär dazu dienen, auf eine andere Seite zu verweisen, sondern die eben als eigenständiges, je nachdem, Entertainment oder als eigenständiger Educational-Inhalt funktionieren. Und das heißt eigentlich in dieser, wie soll man sagen, klassischen Analyse oder Darstellung als Traffic-Channel, so sieht das Ganze aus, wenn Sie sich in Google Analytics die Traffic-Verteilung Ihrer Webseite ansehen, also diese Grafik da auf der Seite, da gibt es unterschiedliche Kanäle, Organic Search wäre über die Suche, direkt, wenn jemand die URL direkt eingibt, Referral, wenn jemand über Drittseiten oder Links zu Ihnen kommt, E-Mail, eben Links in Newslettern oder E-Mail-Signature und Social, eben der Traffic von Social Media. Und ich würde mal sagen, das ist etwas, auch ein Thema für sehr viele Unternehmen. Natürlich, wenn Sie ein Medienanbieter sind, wenn Sie von Werbung leben, dann ist Traffic tatsächlich ein Wert für Sie, je mehr Besucher Ihre Webseite hat, desto mehr Werbung können Sie verkaufen. Deswegen veröffentlichen Online-Medien ja auch immer Ihre Kennzahlen, Nutzerzahlen, Austrian Web-Analysis und was es da alles gibt. Wenn Sie aber ein Unternehmen sind, das nicht Werbung verkauft, sondern Produkte und Services, dann spielt es für Sie jetzt erstmal keine große Rolle, ob der Geschäftskontakt auf Ihrer Homepage oder auf Drittplattformen zustande kommt. Ich könnte also sagen, dieser Anteil wurde in den letzten Jahren konsequent immer kleiner. Wenn wir von den großen Social Media Plattformen sprechen und wie gesagt, Facebook steht da immer noch an der Spitze, ist die Frage, wer bzw. was zählt da noch dazu? Facebook und Twitter bzw. x und die Domäne x.com hat, ich dürfte Elon Musk ja mittlerweile gehören, zumindest wenn man x.com eingibt, wird Twitter geladen, leitet aber auf die alte Domäne dann weiter. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Xing weniger, haben sich wesentlich mehr auf den Bereich des Recruiting verlegt, aber Pinterest im Hobbybereich, Instagram und in letzter Zeit sozusagen auch manchmal mitgenannt, wenn es um große Social Media Netzwerke geht, wenn auch von den Nutzungszahlen noch weit davon entfernt, BeReal, kennt vielleicht auch die ein oder andere von Ihnen, auch so ein Third Generation Netzwerk, das quasi in seiner Struktur, in der Art und Weise, wie die Beiträge funktionieren, mehr Authentizität fördern möchte. Das heißt, Sie werden zu bestimmten Zeiten aufgefordert, man könnte fast sagen gezwungen, ein Selfie zu machen. Die Idee dahinter ist, dass man eben anders als auf Instagram nichts inszeniert, sondern die ungeschönte Realität zeigt. A la Snapchat werden die Beiträge auch nach, ich glaube, 24 Stunden dann automatisch wieder gelöscht. Das war so der letzte Hype, wenn man mal Threads außer Acht lässt. Mark Zuckerberg bzw. Facebook hat den rasanten Twitter-Absturz ja sehr schnell genutzt, um ein eigenes, textbasiertes Netzwerk auf den Markt zu bringen, fast über Nacht, das nennt sich Threads. Der Grund, warum man hierzulande recht wenig darüber hört, ist, weil dieses Netzwerk in Europa nicht verfügbar ist. Das hat wiederum mit der DSGVO zu tun. Threads sind, das Wort selber bedeutet Fäden, aber Threads ist auch gängig im Online-Bereich eben für Unterhaltungen und Threads ist wirklich eine 1 zu 1 Twitter-Kopie. Hat nicht alle Funktionen, also ein reines textbasiertes Netzwerk. Und der Grund, warum Meta das so schnell launchen konnte und warum es in Europa nicht verfügbar ist, es gibt keine eigene Registrierung, sondern Threads, der Threads-Account ist mit Instagram verknüpft. Das heißt, sie brauchen einen Instagram-Account und können dann auch Threads nutzen und da hat die Europäische Union eben gesagt, das ist zu eng verknüpft, das muss getrennt sein. Facebook arbeitet, das habe ich gestern in der Früh gelesen, derzeit gerade dran, das etwas stärker zu entkoppeln. Es ist zum Beispiel derzeit, wenn sie Threads nutzen, können sie ihren Threads-Account nicht löschen, ohne auch zugleich ihren Instagram-Account zu löschen. Das soll sich in Zukunft ändern, dann wird das eventuell auch in Europa verfügbar sein. Zur Frage von vorher, woher nimmt ChatGPT die Daten? Auf was beruft sich ChatGPT-Blackbox-Funktionalität? Nicht ganz, im Prinzip ist es so, dass ChatGPT mit öffentlichen Daten im Internet trainiert. Das heißt, im Wesentlichen alles, was über Google oder über Suchmaschinen auffindbar ist, kann von ChatGPT analysiert werden. Zum Zweiten nutzt ChatGPT auch die Eingaben der Nutzerinnen und da muss man unterscheiden, OpenAI bietet ja ein API-Service an, das heißt, wenn sie selber Software schreiben, wenn sie ein Programm nutzen, dann können sie ChatGPT-Funktionalitäten einbinden. Es läuft über eine Programmierschnittstelle. Diese Daten werden nicht ausgewertet, aber alles, was die Nutzerinnen eben hier in diesem Interface, im normalen Interface, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, eingeben, anfragen kann, das steht bei ChatGPT auch in den Nutzungsbedingungen so drin, für weitere Learnings verwendet werden und auch von OpenAI-Mitarbeiterinnen analysiert werden. Das heißt, sensible Daten würde ich da eher nicht hochladen, wo es um Recherche, Daten und Statistik hingeht, sehe ich da eher wenig Bedrohungspotenzial. Aber Sie haben schon recht, es ist natürlich durchaus zu einem beträchtlichen Grad eine Blackbox. Ja, und damit zu den drei Megatrends 2024, die Hootsuite identifiziert hat. Hootsuite ist ein mittlerweile schon langjährig etablierter Anbieter eines Social Media Management Tools, gleichen Namens eben Hootsuite. Das kann mehrere Dinge, Sie können Beiträge vorprogrammieren, es gibt Workflows für Teams, es ist quasi ein Redaktionssystem für Unternehmen. Hootsuite investiert aber auch sehr viel Zeit und Energie in Content Marketing, das bedeutet, Sie machen selber viele Umfragen, Untersuchungen und publizieren in mehreren Sprachen sehr, sehr hochwertige Fachartikel. Also es gibt immer, wenn es um Trends und so weiter geht, das ist wirklich eine der Quellen, die da sehr viel Energie reinstecken. Natürlich auch mit der Idee, wenn Sie googeln nach Social Media Trends 2024 oder verwandten Themen, dann tauchen sehr, sehr häufig diese Hootsuite-Beiträge ganz weit vorne auf. Umfassend recherchiert und primär Info. Und das ist sozusagen die aktuelle Präsentation, die drei Trends, die drei großen Trends, die Hootsuite identifiziert hat, nach der Befragung von einigen hundert Branchen-Expertinnen. Wenig überraschend, die AI-Trend, also wie beeinflussen AI-Tools, wie beeinflusst KI in Zukunft Social Media Content-Produktion. Der Platform-Trend, das bezieht sich sozusagen auf die Entwicklung, Popularität und auch das Vertrauen in die einzelnen Plattformen unter der ROI-Trend oder ROI auf Deutsch. Ein Begriff, der uns noch sehr, sehr häufig begegnen wird. Steht für Return of Invest. Das ist natürlich ein Thema. Unternehmen, die Energie, Zeit, Geld in Social Media, Kommunikation stecken. Die möchten natürlich möglichst genau wissen, was das bringt und das Ganze auch messen können. Was wäre, wenn man Chet-Chipity bitten würde, eine Dissertation über zum Beispiel peruanische Chameleons zu schreiben und man dann selbst eine schreiben muss? Plagiiert man sich dann selbst? Ist Chet-Chipity Teil des Plagiatskenners auf der Uni. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, für so lange, eine komplette Dissertation könnte Chet-Chipity nicht schreiben. Aber zu der Frage, ob das Ganze erkennbar ist, ich habe da einige Tests gemacht, wenn die klassischen Plagiatscanner, die scannen ja auf Duplicate Text, Google selber bietet also ein Service an, mittlerweile wäre natürlich das Thema rausfinden, ob ein Text mit Chet-Chipity erstellt worden ist. Es kommt sehr darauf an, wie man das Ganze macht. Wenn Sie sehr simple, einfache Prompts verwenden, dann kann es schon sein, dass einzelne Wortbestandteile relativ leicht erkannt werden. Wenn ich Texte mit Chet-Chipity schreibe, dann verwende ich relativ lange und umfangreiche Prompts mit sehr genauen Rollenbeschreibungen, so in die Richtung, wie Sie es jetzt vorher gesehen haben. Das heißt, ich würde jetzt nicht eingeben, gib mir Statistiken über Social Media Plattformen, sondern gib mir Statistiken für eine Vorlesung in Kommunikationswissenschaft, also mehr Kontext. Und wenn ich es zum Schreiben nutze, dann gebe ich auch sehr genaue Vorgaben, welcher Stil verwendet werden soll. Sie können übrigens auch Chet-Chipity eigene Texte analysieren lassen. Wenn ich beispielsweise Artikel oder so geschrieben habe, können Sie die hochladen und sagen, schreibt den Text in diesem Stil. Und ich habe dann ein paar Texte produziert und bei diversen Scannern durchlaufen lassen. Es gibt ja Online-Services, die eben behaupten, Sie könnten solche Texte erkennen. Es war ganz spannend. Ich glaube, das waren insgesamt zehn Texte. Ich hatte jedes Mal das Ergebnis 100% händisch verfasster Text, kein AI-Inhalt. Also ich würde sagen, das hängt jetzt weniger von dem Tool ab, mehr davon, wie Sie damit arbeiten. Etwas über 4.281 Teilnehmer hat Hootsuite da befragt. Das große Ergebnis zum Thema AI, und da sind wir auch wieder beim, das hat ja natürlich sehr viel mit Plagiat zu tun, AI redefiniert das Thema Authentizität. Das ist irgendwie klar, es beschränkt sich ja nicht auf den Textbereich. Wir können so leicht wie noch nie Deepfakes erstellen, Images, aber mittlerweile auch ziemlich einfach Videos. Und Social Medias warmly welcome a new teammate. Das heißt, die Nutzung von AI-Tools, die ist jetzt schon passiert. Rahmenbedingungen, da sieht es eher schwierig aus. Jetzt in dieser Befragung basierte in den letzten Wochen, 61% sagten da, der Hauptgrund für die Nutzung von AI-Tools ist, Ressourcen zu reduzieren, also quasi die Arbeitslast für das Team zu reduzieren, also sprich, effizienter zu arbeiten. Und spannend auch, wofür Unternehmen das Ganze nutzen. Da gibt es so die klassischen Anwendungsfelder Edit and Refine Text, was ich eben auch vorher gemeint habe, quasi elaborierte Rechtschreib- und Stilprüfung, Produce Add Text from scratch, also Anzeigentexte für Werbeanzeigen erstellen, Develop New Ideas, Completely Revise and Rewrite Text, auch das sehr, sehr einfach möglich. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben, wo es jetzt nicht unbedingt um ein aktualitätsbezogenes Thema geht, einen umfassenden Artikel und Sie möchten die Inhalte wiederverwerten, eine Serie beispielsweise von Social Media Beiträgen draus machen, auch so etwas können Sie mit wenigen Prompts erledigen und dabei, wenn gewünscht, auch den Stil, Sprache des Textes komplett ändern, Produce Customer Support Text from scratch, also die lieben wir alle, die Textbausteine sozusagen 2.0, automatisierte Antworten, Edit Images, die ersten, oder ich glaube, das erste populäre Bilderstellungs-Dool, das wirklich akzeptable Ergebnisse geliefert hat, war ja mit Journey, vielleicht haben Sie es auch mal selber ausprobiert, prompt passiert, inzwischen hat ja auch Adobe in seine Flexi-Produkte, Photoshop und so weiter, AI-Funktionen integriert, ich erstelle mittlerweile einige meiner Social Media Bilder, 100% prompt passiert, kommt drauf an, Personen funktionieren nicht so gut, Cartoon-artige Bilder sehr, sehr gut, aber auch das, ich sage mal so, eine Person mit feingliedriger Haarstruktur, die im Wind steht, freizustellen, war mal ganz schön viel Arbeit mit der Maus, so etwas lässt sich mittlerweile vollkommen automatisiert, in hervorragender Qualität erledigen, Generate Images, also eben die Erstellung von Scratch versus nur das Editieren und Use a Chatbot to respond to messages, da sehen Sie in dieser Grafik den Vergleich vom letzten zum heurigen Jahr, das sind schon ganz gewaltige Zuwachsraten, Edit Images, da ist natürlich eine riesen Zeitersparnis drin, bin ich nicht überrascht, dass das mit 260% ganz an der Spitze steht. Wie sieht es auf der NutzerInnen-Seite aus? Und da kommt bei dieser Befragung ganz klar raus, dass die Skepsis gegenüber AI-erstellten Inhalten durchaus sehr, sehr groß ist. 62% sagen, sie würden eher nicht auf einen Inhalt reagieren, der mit AI-Tools erstellt worden ist. Da stellt sich natürlich sofort die Anschlussfrage, wie kann man es erkennen? Und da, bei der ersten Frage, es ist schwierig festzustellen, ob Information wahr oder fake ist, oder real oder fake ist, da stimmen 66% zu, das sind zwei Drittel, 22% sind sich unsicher und nur 12% sagen, es ist einfach zu erkennen. Und hier die zweite Frage, it's hard to tell what images are real or fake created using AI. Ähnliches Bild, 67%, 20%, 13%. Also, die eigene Media Literacy, die sich die Nutzerinnen hier zutrauen, ist nicht allzu hoch und das wahrscheinlich berechtigt. Da gibt es auch interessante Unterschiede zwischen Altersgruppen, Sie sehen hier in dieser Grafik aufgeschlüsselt, die in Blau Generation Z, Gelb sind die Millennials, Rot, Generation X und Grün oder Türkis-Grün die Baby Boomers. If I know something is created by an AI Application, I am less likely to engage with it. Da sieht man schon sehr deutlich, der Vorbehalt, und das zieht sich bei den anderen Fragen durch, If I know something is written by an AI Application, I am less likely to trust it. It's hard to tell what images are real or fake created using AI. Bei den ersten beiden Fragen sieht man schon, je jünger die Teilnehmerinnen, desto geringer die Skepsis, je älter, desto größer. Hier auf der anderen Seite, bei den Fragen, wo es darum geht, wie schwierig ist es, Fake-Informationen zu identifizieren, da zeigt sich ein etwas anderes Bild, weniger Unterschied zwischen den einzelnen Altersgruppen. Das Thema Authentizität spielt eine große Rolle und eine der Empfehlungen, die, es sind auch einige Beispiele, ich werde Ihnen den Trendreport verlinken, wenn Sie die Beispiele genauer ansehen möchten, klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Transparenz ist grundsätzlich ein gutes Mittel, um Authentizität zu schaffen und das könnte in diesem Bereich zum Beispiel bedeuten, dass es zum Standard wird, dass Unternehmen kennzeichnen, wenn Inhalte mit AI erstellt worden sind. Zweite Frage und das ist natürlich auch ganz wesentlich in dem Zusammenhang, wo bzw. in welchen Kontexten kann, darf, sollte man AI sinnvollerweise einsetzen und hier Brainstorming Ideas, Organizing Your Thoughts, Content-Vorschläge und so weiter, aber kein Ersatz eben für Content-Strategie, Editing und Refining, da geht es ja auch um den persönlichen Stil, Einhaltung von Brand-Standards und vor allem natürlich auch die Interaktion mit der eigenen Community in den Kommentaren, da es nach wie vor zumindest nach der Meinung dieser Teilnehmer sehr viel händischer Input gefragt. Das heißt, das Thema AI-Policy, wie geht man mit diesen Tools um, wie kennzeichnet man die Inhalte oder nicht, wird nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch für Unternehmen sicherlich zum Thema werden. Der zweite Trend im HoodSuite Report, der richtet sich auf die einzelnen Plattformen beziehungsweise auch auf die Herausforderungen, mit denen Unternehmen kämpfen. Organizations fear the ROI impact of being on so many platforms. Also quasi, wenn Sie nochmal an das Kleeblatt denken, die vielen verschiedenen Kanäle, die gemanagt werden sollen, ist ein Thema für Unternehmen und Hauptschwierigkeit hier auf Platz 1, Zeit oder Geldinvestments, um entsprechend viele Inhalte für die Bespielung aller Plattformen zu kreieren. Unzureichende kurzzeitige oder langfristige Ergebnisse dagegen landen hier ganz hinten. Also das heißt, im Großen und Ganzen die Unternehmen, die Social Media intensiv nutzen, die kämpfen eher mit den Ressourcen und dem Zeitaufwand als damit, dass sie keine Ergebnisse bekommen. Hier an zweiter Stelle die Unsicherheit über die Genauigkeit von Kampagnenmetriken, auch ein Thema, das uns noch beschäftigen wird und die Unsicherheit über die Zuordnung. Ist zwar alles digital, aber so einfach ist das mit dem Tracking oft gar nicht. Dass Netzwerke permanent neue Features, neue Formate hinzufügen, macht es schwierig, damit Schritt zu halten, sagen fast zwei Drittel der Befragten. Ganz besonders interessant finde ich hier diese Grafik. Da geht es darum, wie zuversichtlich sind sie, dass die folgenden Plattformen einen positiven Return of Investment für ihr Geschäft bringen. Da ist jetzt wenig überraschend, LinkedIn als Business-Plattform ganz vorne, also gelb bedeutet, ja, ich bin zuversichtlich, rot bedeutet, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich was bringt. An zweiter Stelle landet hier Instagram, dann WhatsApp, Facebook, Be Real, auch weit vorne dabei, YouTube, ganz abgeschlagen, Twitter und Threads, Threads ist auch noch sehr neu und wie gesagt, nicht weltweit verfügbar, nicht so ganz vergleichbar, aber das ist sozusagen der Vertrauensindex, spricht natürlich auch sehr stark dafür, dass viele Unternehmen weiterhin zum einen auf YouTube das Meta, Universe und LinkedIn setzen werden. Wie sieht es mit der tatsächlichen Nutzung aus, also von den befragten Organisationen, sehen Sie eh, 1% haben sogar, es kommt mir durchaus relativ viel vorweise, wirklich ein ganz explizit privates Netzwerk ist, einen Be Real Account, am populärsten auch hier Facebook und Instagram mit 91 und 86 Prozent, beziehungsweise LinkedIn mit 80 Prozent, X ist da auch sehr gut dabei, aber da spielt wohl eher die Historie eine Rolle und 62 Prozent der befragten Unternehmen betreiben hier einen YouTube Kanal, wobei natürlich die Intensität, mit der ein solcher Kanal betrieben wird, auch sehr stark variieren kann, von ein oder zwei Videos, die da vor sich hingammeln, bis zu laufenden Updates mit Shorts und so weiter. Interessant ist auch der Unterschied in der Plattform Nutzung von 2022 zu 2023, also da sieht man schon sehr, sehr deutlich, dass TikTok und LinkedIn die großen Gewinner sind, aber vor allem TikTok, Instagram wächst ebenfalls, YouTube, Snapchat stagniert und Facebook, wenn gleich auf sehr hohem Niveau geht zurück, X verliert stark, Pinterest ebenfalls und WhatsApp ebenfalls 18%, wobei die Gründe sind mir nicht wirklich bekannt, ist ja mehr ein Gruppentool beziehungsweise eine Möglichkeit um Updates zu verschicken. Der dritte Trend und das finde ich ganz spannend, weil das hat jetzt weniger mit Technik zu tun, sondern mehr mit Rezeptionsgewohnheiten ist Entertainment. Klar, wenn Sie im Entertainment Business sind, dann werden Sie, wenn Sie einen TikTok Account, der auf Comedy Clips basiert machen, dann leben Sie natürlich von diesen Entertainment Inhalten, aber was hier gemeint ist, ist tatsächlich Entertainment als Querschnittsmaterie, die sich auch bei Business Inhalten durchzieht. Wenig überraschend, Audiences give too much self promotion a thumbs down. Was geht den Leuten auf den Wecker bei Social Media Inhalten? Zu viel Eigenwerbung, schlechte Qualität des Inhalts, wenig Interaktion mit Feedback, langsame Nachrichten, nichts von all dem, schwierig Inhalte zu finden, unregelmäßige Beiträge oder überhaupt die vollständige Abwesenheit von der Plattform. Wie sieht es da generell aus mit dem ROI? Also wie sehr Vertrauen Marketer, Social Media insgesamt? Da sieht man schon ungefähr ein Drittel ist sehr zuversichtlich auf der anderen Seite etwas mehr als ein Drittel zweifelt sehr stark. Dann haben wir nochmal ein knappes Drittel hier in der Mitte. Die wichtigste Metrik für die befragten Unternehmen ist nach wie vor das Engagement, also die Engagementrate, wie viele Personen reagieren auf unsere Inhalte. An zweiter Stelle beziehungsweise fast ex equo stehen Impressions und Followers, Klicks und Traffic, das habe ich Ihnen vorher schon gesagt, das hat immer weiter abgenommen und dann gibt es natürlich auch Leads und Sales, aber die meisten achten in erster Linie auf ihre Engagementrate. Und da wissen wir natürlich gerade Storytelling und unterhaltsame Inhalte schneiden hier wesentlich besser ab. Stärkeres Eingehen auf die Bedürfnisse der Audience, eine der großen Empfehlungen zum Thema, was finden meine Kunden überhaupt unterhaltsam, was inspiriert sie? Unternehmen sollten stärker die Möglichkeiten nutzen, die Plattformen hier bieten und ruhig auch mal eine, zumindest wo das möglich ist, eine Umfrage veröffentlichen, welche Arten von Inhalten möchtet ihr sehen und möglichst schnell und interaktiv reagieren. Niemand möchte Social Media Kanäle nur in eine Richtung funktionieren. Wie gesagt, zum Thema, das ist etwas, was man oft in strategischen Social Media Büchern hört, man muss natürlich auf diesen Plattformen präsent sein, wo die eigene Zielgruppe unterwegs ist. Das ist im B2B-Bereich sicherlich einfacher, da wird die Wahl naturgemäß auf LinkedIn fallen. Wenn sie im B2C-Bereich tätig sind, dann ist es schwierig, dann ist es heutzutage vermutlich fast unerlässlich, um maximale Reichweite zu kriegen, dass sie zumindest auf Instagram, TikTok und Facebook einigermaßen intensiv sind. Das wiederum braucht viel Zeit und Ressourcen und ja, glaube ich habe es schon mal erwähnt, immer mehr Unternehmen müssen Inhalte erstellen, AI-Tools werden uns dabei zwar im wahrsten Sinne des Wortes nicht unter die Arme, sondern in die Finger greifen. Strategische Ausrichtung, Content-Planung und so weiter braucht aber Kreativität und Erfahrung im Umgang mit diesen Kanälen und ich denke für die Kommunikationsbranche oder beziehungsweise auch für uns als Absolventen, als Kommunikationsexpertinnen wird es ChatGPT hin oder her in den nächsten Jahren noch reichlich zu tun geben, wenngleich das glaube ich ist jetzt schon klar absehbar sich der Schwerpunkt der Fähigkeiten verschieben wird. Grafiker werden nicht mehr Stunden mit Freistellen von Bildern verbringen, sondern sich eher kreativeren Tätigkeiten widmen. Schreiben ist auch etwas, wo die Stylistik sicherlich keine so große Rolle mehr spielt. Uns bleiben Kreativität und strategische Planung. Also meiner Ansicht nach wirklich kein Grund für Weltuntergangs Befürchtungen. Ja, das war's für heute zum Thema Plattformen und Trends. Wir sehen uns nächste Woche an der gewohnten Stelle, dann werfen wir einen genaueren Blick auf Algorithmen, quasi das Rückgrat der Social Media Plattformen. Danke fürs Dabeisein, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag und bis nächste Woche.